Serviette Hallo, heute möchten wir aus einer Serviette eine Bestecktasche falten. Dazu nehmen wir die ganz normale Serviette, die wir so bekommen. Die ist normalerweise geviertelt. Die falten wir jetzt einmal um. Drehen diese Beste um. Falten sie so rum. Und dann nochmal in genau dieselbe Formation. Und haben schon eine wunderbare Bestecktasche.